Unzählige Rettungskräfte und Arbeiter legen tagtäglich ihr Leben in unsere Hände, arbeiten mit unseren Produkten in den extremsten Situationen, die das Leben so zu bieten hat. Und wir, wir alle sind uns dieser Verantwortung bewusst, in sprichwörtlich jedem Arbeitsgang. 340.000 Produkte verlassen jährlich dieses Werk. Darunter sind Dräger Masken, Helme, Schutzanzüge. 2014 wurde das Werk errichtet und beherbergt eine der neuesten und modernsten Produktionsstraßen des Konzerns. Rund 60 Helme schafft diese eigens konzipierte Lackierstraße in der Stunde. Manufakturartig ist hingegen die Schutzanzugsproduktion. Nahezu alle Arbeitsgänge werden hier von versierten, bestens geschulten Mitarbeitern von Hand gemacht. Aus gutem Grund. Der Produktionsprozess erfordert zum großen Teil qualifizierte Handarbeit, die heute schwer durch Automatisierungs- oder Robotertechnologie zu ersetzen ist. Aus diesem Grund legen wir großen Wert auf die Qualifikation unserer Mitarbeiter, die die Qualität unserer Produkte und die Pünktlichkeit der Lieferungen sicherstellen. Flexibilität stand bei der Werksplanung an erster Stelle. Beispiel Maskenproduktion. Vollmasken und Halbmasken werden in diesem Trägerwerk gefertigt. Alle Mitarbeiter dieser Produktionslinie wurden auf alle Produkte umfassend geschult. Unsere Fertigungslinie ist so flexibel und effektiv wie möglich gestaltet. Und unsere Mitarbeiter sind so ausgebildet, dass sie zu jeder Zeit auf jeder Linie an jedem Arbeitsplatz eingesetzt werden können. Das heißt, wir können bei höherem Bedarf flexibel reagieren und unsere Mitarbeiter bedarfsgerecht einsetzen. Die Fertigungstiefe der hier im Werk hergestellten Produkte ist hoch. Beispiel Helme. Sogar die Helmschalen-Rohlinge werden in einem speziellen Verfahren vor Ort gepresst. In einem Nebenraum werden zeitgleich die Helm-Dämpfungskomponenten aufgeschäumt. Standard war gestern. Die Produktion passt sich den individuellen Wünschen der Kunden an. Träger hat unter anderem für Masken, Helme und Schutzanzüge Konfiguratoren entwickelt, die es erlauben, Farben, Ausstattung und Zubehör auszuwählen. Die individuelle Konfiguration ist heute einfach unerlässlich. Aus diesem Grunde sind die Organisation und die Art der Produktion auf die Erfüllung der individuellen Anforderungen jedes Kunden gerichtet. Gleichzeitig mit der Konfiguration konzentrieren wir uns auf die Verkürzung der Lieferzeiten, was uns hilft, eine hohe Konkurrenzfähigkeit unserer Erzeugnisse zu gewährleisten. Die Kunden sind in jeder Hinsicht äußerst anspruchsvoll. Die Gewährleistung der Individualisierung der Erzeugnisse und Flexibilität bei den Lieferungen bei unterschiedlichen Bestellmengen sind für uns Schlüsselparameter. Ein defektes Gerät im Einsatz kann lebensbedrohlich sein. Sicherheit steht deshalb gerade hier in der Produktion an erster Stelle. Nahezu jeder Arbeitsschritt wird kontrolliert und protokolliert. Kein Gerät verlässt ohne Funktionsprüfung das Werk. Mehr noch. Im hauseigenen Testcenter werden Produkte in regelmäßigen Abständen kontrolliert, weit über die Belastungsgrenze hinaus. Modernste Fertigung, bestens geschulte Mitarbeiter, viele Kontrollinstanzen. Für Trägerprodukte und deren Fertigung gilt keine Kompromisse. Das sind wir unseren Kunden und unserer Philosophie schuldig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017